Musik Ja von Unua Gutara Gut liberty Tricht Ja 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 Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu diesem video auf unserem kanal und mit dabei ist heute ein special guest und zwar ist dein morgen so leute ja wir werden heute mal ein paar runden skywars spielen ja ich will gar nicht so viel rumlabern wir starten direkt in die runden würde ich sagen nehmen uns gleich in der ersten runde wieder bis gleich weil ich habe so lange nicht mehr gespielt das könnte richtig richtig scheiße werden eine runde wenigstens gewinne eine runde ich habe einfach nur ein steinschwert ohne ja egal den holen wir den holen wir uns zeit aufgehen den holen wir den holen hallo habe ich ja wohl doch mal zwei rote einer tot ja kommt holen wir holen wir holen wir heute erwoll ich hole den rote kommt hinter der blaue kommt hinter dem oh gott also vielleicht wird es noch schwieriger ja okay perfekt gleich fall fall ah ja tot ich glaube jetzt haben wir jetzt haben jetzt jetzt gewinnen wir alles noch richtig unaufbereimt ich musste für die haben beide enderpearl die haben beide enderpearl einer wirft die enderpearl achtung ich habe dann keine chance der kriegt gut geht aber der andere kommt oh gott ich bin fast da ich bin tot der online son ja nein ja oh ja oh ja oh ja die mitte ist komplett anlutet die können wir können uns hier alles holen das ist perfekt ja ich habe keine oder habe ich mit ihr ja aber er läuft er läuft er läuft er läuft er ist runter ist hatte und fließen einfach runter er kommt ja ich habe runter geschossen beide sind runtergefallen beide runtergefallen wie dumm sind sie ja gewonnen beste runde alter aber was ich dich noch fragen würde so einen leichten akzenten ja woher kommst du eigentlich so gebürt gebürt also meine eltern sind aus lustland und ja ja okay ich finde ich finde ich finde den akzent so angenehm alter voll die geile stimme so eine homo aber ja ja ich könnte ich gehe einfach nein bist du tot? ja oh und dicker oh lost ja absolut lost ich wollte eigentlich gar nicht runterfallen ja ich wollte eigentlich ich habe so eine knockback bomber da gehabt und wollte damit irgendwie zu so einem gegner und so weißt du aber da bin ich halt durch das einzige loch gefallen dass es da halt gab ach so ja ups schwierig egal hat er da hinten sind auf jeden fall welche oh gott oh gott oh mein gott habe ich mich auf oh gott oh gott was was sind jetzt ja 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 das ist das komplett lauf ich muss hoffen ich habe ich habe ich habe ein ich habe ich habe beide der beide nein von hinten von hinten nein bitte 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 lass mich lassen kann wie ist das möglich das gibt es doch nicht alter oh perfekt direkt ein emerald hier ich hole mir die zauber ob ich irgendwie mach ich hab schon mal in die mitte ich hab's in die mitte geschafft nein nein alles gut ich bin das geschafft also die ender pils bei mir gerade richtig komisch geflogen ich hab's ganz kurz gedacht ich hab das nicht sehr langsam irgendwie 1 2 3 4 ich mag auf jeden fall mal ein paar leute ab ganz lustig so zack Lass mal rüber zu den diesen low also nicht low aber auf jeden fall haben die nachfall jetzt ja ich bräuchte ganz kurz ich geh mir noch ändern 2 oh ja ok ja warte dann komm ich auch hab verkackt hast du die rüber hast du daneben geworfen oder was ja oh nein bist du tot? nein du schaffst das ich will die ich will die ich war nicht rüber ja ich hab die ich hab die warte warte einfach da ich komm jetzt ich komm jetzt einfach wieder damit es keine andere die bekommt ich hab ein diahelm hier ne ich hab ein eisenhelm mit 801 dahinten sind noch zwei warte ich glaub die runde können wir auch wieder easy gewinnen eigentlich wenn wir hier vorne sind welche die sehe ich auf jeden fall hier sind welche die sind aber alle noch bei sich auf dem inseln haben richtig schlecht geküpft wie werden die alle klatschen warte du mal bei denen hier ich geh mal auf die andere seite und guck wann die kommen wenn ich mir die mal so angucke ja einer ist runtergefallen von denen ja jetzt nicht mehr aus ja jetzt nicht mehr aus das tut zu dolle weh den spielen zu sehen ja ja das bleibt ja gleich das bleibt ja gleich so eins zwei ja komm her holst du den? schaffst du das? ja save jawoll easy ich will den doch hier unten komm her ja was mach ich? was mach ich? ein bisschen erstes down verbrennen gerade warte 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 das letzte ne? ja ich will den der oh gott er wirft in der pöle was? und auch wenn ich glaub hin tschüss jawoll was? ne er ist runter na jawoll so leute dann war es das wieder von dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem du ist dann lasst gerne einen Daumen nach oben da danke auf jeden fall an itstain das du mitgemacht hast ja leute checkt auf jeden fall itstain aus ist natürlich alles verlinkt unten und äh dann würde ich sagen falls es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da dann äh bis zum nächsten mal haut rein und tschau tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal